. 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 10 Sekunden starten 10 Sekunden starten Da hat er es. Vorsicht, wo das Zeitleiter ist. Rein ist auf, unruhig. Ach man, das machen die Irgendwann. So, in einer Minute hat die Flur gewechselt. Wir sind jetzt im Programm. Dreh Hoffmann vor dem Alexander Thieg und dem Toposhoch. Die ersten drei Minuten haben wir nur drei Sekunden. Shit, das Akku ist gleich leer. Wenn die Reifen noch kalten, das ist echt wie auf Eis. Jetzt hat es wieder gewechselt. Jetzt sind wir gerade die Flur gewechselt. Vor dem Andreas Thieg und den Popis. Ah, ja. Am Ende war ich noch einzukommen. Sehr gut. Genau, dann kann man über uns. Oh. Oh. So, dann sehen wir uns weiterhin der Alex von dem Anträgen Tobi. Wobei jetzt der Tobi gerade die Kiste verloren hat, auch den Alex. Nach der Hälfte der Fahrzeug in Führung, weil er der Alex verdient ist, kommen wir wirklich ab. Da hinten jetzt der Anträgen Tobi. Ich stelle jetzt die Runde von Alex ein. So, 15,1. So, noch 3 Minuten. Die Note an der Spitze wird enger für den Alex. So, jetzt noch rein und gucken weiter. Und der Tobi holt auch. Jetzt greift es einen Wechsel an der Spitze. Jetzt kommt der Führung, der Alex. Aber jetzt noch das zweite Tobi. Und ich glaube, der Anträgen Achtung. So, jetzt kommt der Tobi. Und ich freue mich noch mal. So, jetzt kommt der Tobi. So, jetzt kommt der Tobi. So, noch 90 Sekunden, ganz klein für oben der Alex vor dem Tobi und der André immer heuer. So, die Fahre ist frei, jetzt hat die Führung gebetoppt der Tobi von Alex und dem André. So, noch 30 Sekunden, die Führung der Tobi, ganz dicht gewollt vom Alex und dem André. So, noch 20 Sekunden, der Alex vor dem Tobi, der Tobi, der Tobi, der Tobi, der Tobi. So, dann auf die Seite. Können wir nach dem Tobi, vor dem Alex, den Robert.